Ja, ich bin hier im Everglades Nationalpark und man kommt, glaube ich, nie so nah ran an Krokodile bzw. Alligatoren. Wenn wir einfach mal hier runter schauen am Steg entlang, sehen wir die direkt ungefähr maximal 1,5 Meter vor mir weg liegen. Es ist abnormal. Und die liegen da einfach ganz friedlich, bewegen sich kaum, dabei könnten die jeden Augenblick eigentlich nach mir schnappen und mich auffressen. Ist echt genial.